Ich bin die Schwester Johanna von den Franziskanerinnen von der Christlichen Liebe im fünften Bezirk in Wien. Die Zeit der Sehnsucht wird sichtbar in den Kerzen. Immer kommen wir näher dem Weihnachtsfest. Gott kommt uns ganz nahe in einem kleinen Kind. Ein Kind, das nicht nur unsere Sehnsucht nach dem Du Gottes, sondern auch Gottes Sehnsucht nach uns zum Ausdruck bringt. Und Paul Weismantel sagt in seinem Adventkalender, den er jährlich herausgibt und dessen Texte ich sehr liebe, über das Du Gottes. Du, im Raum deines Schweigens, im Klang deines Namens, im Ruf deiner Fragen, bist ganz bei mir, bist mir ganz nah. Du, bei mir, ich, bei dir. Im Trott meines Alltags, im Durst meiner Liebe, im Dank meiner Lieder, bist du mir ganz nah. Du, bei mir, ich, bei dir. Im Grund meiner Hoffnung, im Weh meiner Seele, im Gebet meines Herzens, bist du mir ganz nah. Du, bei mir, du, bei mir, ich, bei dir. Im Schoß deiner Gnade, im Blick deiner Liebe, im Bund deiner Treue, bist du mir ganz nah. Du, bei mir, ich, bei dir. So wünsche ich uns allen, im Namen meiner Mitschwestern, einen frohen, gesegneten und hoffnungsvollen Advent und eine tiefe Begegnung mit dem Du, Gottes, am Weihnachtsfest. Du, ich, bei dir. Okay.